Hit Radio FFH. Achtung, Alexa. Hallo, Autothem. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Daniel Fischer hier. Das ist ja Wahnsinn. Warum? Ich habe Sie über meine Alexa angerufen und das funktioniert. Schöne für Sie. Ja, und auch für Sie. Entschuldigung. Alles gut. Sind Sie erkältet? Nee, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Okay, dann rede ich halt jetzt. Ich würde gerne das Auto tieferlegen lassen. Und jetzt klingelt es gerade bei mir an der Tür. Darf ich nur mal schnell aufmachen gehen? Ja, natürlich. Ich beeile mich auch. Ja. Hallo, hier spricht Alexa. Du hast soeben eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Soll ich sie vorlesen? Nein. Ich habe fein verstanden. Nein. Fein, ich lese dir die Nachricht vor. Nein, ich will sie nicht. Hallo, Daniel. Unser letzter Versuch, ein Date zu machen, ging ja gehörig schief. Wollen wir noch mal einen Versuch starten? Soll Alexa direkt antworten? Nein. Ich habe Nein verstanden. Ich antworte direkt mit Nein. Ah, nein. Conny antwortet. Dann lass mich in Zukunft in Ruhe, du Opfer. Hallo, da bin ich wieder. Die Alexa, die hat mir eine WhatsApp für Sie vorgelesen. Wirklich? Ja, wirklich. Schauen Sie Ihr Handy bitte an. Oh je, oh je. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Die ist sauer. Da müssen Sie sich vielleicht drum kümmern. Das ist der Fluch der Technik. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht gleich mal zurückschreiben. Sagen Sie mal, mischen Sie sich immer so bei anderen ins Privatleben ein? Nein, das hat Alexa verbockt. Was kann die denn dafür? Die hat die Nachricht vorgelesen, aber ich habe Nein gesagt und sie hat dann sofort geantwortet Nein. Das glaubt mir die Conny nie. Ja, wenn sie das nicht glaubt, soll sie mich ruhig kontaktieren. Also es ist wirklich... Und Sie meinen, Ihnen glaubt die Conny? Meine Kollegin sitzt mir gegenüber, die hat das alles mitbekommen. Ich glaube, ich lass die bei Ihnen anrufen, ne? Ja, dann kann ich das bestätigen. Obwohl die Hörer von Het Radio ÖFH können das ja auch bestätigen. Nee, oder? Sind Sie ein bisschen erleichtert, oder? Ja, genau. Und was sagt Ihre Kollegin nebendran? Na, die schüttelt sich vor Lachen. Achtung Alexa! Jeden Morgen neu in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.